Leute, Sixteen Karat Gold, was war das für ein Event? Was haben wir für unfassbare Matches gesehen? Wir hatten die alten Recken, wir hatten neue Talente am Start und mit einem von denen stehe ich jetzt hier mit Peter Teehani. Peter, euer Sixteen Karat 2023 war großartig. Die Fans liefen dich. Es muss für dich ein tolles Gefühl sein, nicht wahr? Ja, es ist für sicher. Und, you know, letztes Jahr Sixteen Karat Gold war meine Breakout-Performance. Dieses Jahr, ich war in den Semifinals, aber ich habe nicht gewonnen. Man, du hast gegen Akira, du hast gegen Trey Miguel... Ja, ich weiß. Aber ich habe verloren. Und ich habe gegen X-Men wieder. Third time, ich habe gegen ihn. Und du kennst mich, du kennst, ich liebe Challenges. Und jeder sagt mich, dass ich eine der Top-Upcoming-Wrestlers in WXW. Aber ich will sein, dass ich die Bestes-Wrestler in WXW. So für das, ich muss die Bestes-Wrestlers hier face. So, listen, X-Men. Ich will dich. Und ich will dich in die Best-of-Five-Series. Wenn du bereit bist. Weil ich bereit bin. Ich will dich. Vielen Dank.